Musik 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 Was sind wir hier? Ja, Papagei Oskar Sie sind hier der Musel und guck dir da, dass sie lauter Winger sind Was ist das? Das sind Drauven Drauven für Gränzermann Ah, so! Ja! So, dann los ich mal auf der Musel und da picknicken wir mal flott Hi! Musik 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 Was ist das hier? Das ist ein Grätschen. Wie flopp, wie flopp. Das ist einfach schön. Und das hier? Das hier ist ein Kleblatt. Das sind da viele Häuser. Du gehst da mit drei Blüten und mit vier Blüten. Und wenn ich ihn finde mit vier Blüten, das bringt immens Glück. Ah, flopp, flopp, flopp. Yuppie! Yuppie, das ist nicht los. Okay, das ist mal. Ah, guck mal. Es ist schwer, dass es klingelt. Aber, Papagei Oskar, du musst gut aufpassen. Er darf in einem Schwarm kein Brot essen gehen. Die Leute machen das zwar. Aber das gut nicht gut, weil sie kriege schreckliche Bauchweh. Oh, danke Silvie, dass du mir das gesagt hast. Das weiß ich nicht. Nein, nein. Für mich kriegt kein Brot. Das ist noch ein bisschen frisch. Schon mal ein Duch hergeholt. So, also erst mal mal etwas Gutes. Gell du? Guck, Silvie. Er ist schon ein Schahiner gelohnt. Ah, war das da so flott, richtig relax. Okay, da geht's. Ah, das ist so flott. Ich geh beim Leivsten heu bleiben. Wir kommen aber gleich zurück, gell? Maja Mathielisch, wir können immer nicht hierher zurückkommen. Merci für die Notgucke, Leifkaner. Und bis ganz schön! Adi, Leifkaner! A viel Kussieren!